So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge die Aufgaben von Cleon abgeschlossen und werden uns in der heutigen Folge mit dem guten Pericles beschäftigen. Und ich denke mal, wir werden da wahrscheinlich auch wieder noch eine zweite Aufgabe erhalten. Und dann ja, haben wir wie gesagt hier in Athen noch die eine Aufgabe, die wir beim Aussichtspunkt haben und haben noch außerhalb von Athen einen Freund in der Not, wenn ich mich recht entsinne. Das werden wir aber dann danach alles in Angriff nehmen und werden uns in der Attika noch umschauen. Oder Attika. Keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir jegliche Aussprachefehler. Pericles Residenz. Hm. Oh. Wie bist du hierhergekommen? Wie bist du überhaupt hergekommen, Phöbe? Tja, ich habe etwas Geld verdient bei Marcos. Also hast du für die Überfahrt bezahlt? Nicht so ganz. Phöbe. Ich brauchte ja Geld für die Zeit nach meiner Ankunft hier. So eine Überfahrt ist teuer und ich wollte nicht noch länger warten. Also schlich ich auf ein Schiff. Keine Sorge, niemand weiß davon. Unglaublich, dass du es geschafft hast. Ich erinnere mich kaum noch an das Athen aus meiner frühen Kindheit. Aber ab und zu kommt mir irgendwas bekannt vor. Das mag ich. Das ist doch schön. Ich hätte hier niemals erwartet. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kephalenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi? Für Pericles? Nein, für Aspasia. Warum muss ich mich umziehen? Ich verstehe nicht, warum ich mich umziehen muss. So läuft das hier eben. Erst fühlt es sich komisch an. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Und meine Waffen? Keine Sorge, ich passe auf sie auf. Das hoffe ich auch für dich. Ich will mir keine Angst einjagen. Naja. Warum arbeitest du für Aspasia? Ne, Aspasia. Wie kommt es, dass du für Aspasia arbeitest? Naja, es gab da so ein paar Probleme, nachdem ich in Athen angekommen war. Ich war sowas wie die Anführerin einer Waisenkinderbande, die Aspasia reinlegen wollte. Aber wir wussten nicht, wer sie war. Und du brachtest sie dazu, dich einzustellen. Nein. Das war ihre Idee. Du hast Glück gehabt. Ich bin bereit reinzugehen. Schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst. Ich hab das Richtige für dich. Ich werde mich umziehen. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf. Aber nur, weil es flügt möchte. Leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komm wieder, wenn du fertig bist. Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist es der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit reinzugehen. Keine Sorge. Du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen. Die Adern auf unserem Oberarm. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht ohne dich zu verabschieden. Du bist gerade gekommen. Du kannst nicht gleich wieder gehen. Doch, ich will wieder gehen. Cassandra an einem Kleid zu sehen, ist so ungewöhnlich. Keine Söldnerin und Reisende. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophocles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien. Ausgerechnet Komödien, Euripides. Ich habe von Sophocles gehört. Ich hörte von Sophocles. In meinem Berufsfeld zahlt es sich aus, die reichsten und berühmtesten Männer zu kennen. Herr Mippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm Protagoras ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Ich bin überrascht, dass Sokrates hier ist. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Trasimachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Kriegerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. Oh, Alkibiades. Dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Einen kommt mir interessant vor. Ja, Alkibiades kommt mir interessant vor. Feiern sind nicht meine Spezialität. Ach so. Feiern im Sinne von Substantiv, nicht Verb. Alkibiades kommt mir besser als interessant vor. Alkibiades trinkt wie ein Spartiat. Vielleicht kämpft er auch wie einer. Wenn ich dir einen Rat geben darf, bitte nicht streiten oder kämpfen. Hab danke, Herodotus. Nun, wenn du mich entschuldigst, Pericles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Lass mich nicht allein. Oder du solltest gehen. Sehr gut. Er muss davon erfahren. Ich bleibe hier und höre mich um. Ich hoffe, sie wissen etwas über deine Mutter. Ich auch. Ich will die mir verreden. Ich suche nach Hinweisen, du bist ein reiches, arrogantes Arschloch. Ich suche nach Hinweisen. Ich gehe mal auf. Das war kein Kampf. Ich habe viele Kämpfe gesehen. Das war keiner. Ich habe mich wirklich selbst zum Narren gemacht, nicht wahr? Ich bin Sophocles, wie du sicherlich wusstest. Und du bist? Ich brauche Informationen zu einer Person, die ich suche. Einer Spartanerin. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophtalmische Morozov. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Machen wir Euripides betrunken. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiva als nach Athene. Beeindruckend, Fremde. Euripides stammt aus Argos. Na schön. Wenn es sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist und ich kann ungesehen verschwinden. Hm, warum hat Perikles dich eingeladen? Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes. Mentor des Euripides. Verehrer des Asklepios. Vater des Theaters. Und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Warum regst du dich so über Euripides auf? Die Sache mit Euripides lässt dich nicht los. Seid ihr wirklich nur Freunde? Ich bin nie nur irgendetwas Fremde. Doch ich gebe zu, Euripides und mich verbindet mehr als Brüderlichkeit. Warum er sich mit diesem Jüngling Aristophanes abgibt, das weiß ich nicht. Oh, Eifersucht. Es ist Zeit, dass ihr Feier in Schwung kommt. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf. Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht und es ist erschreckend. Okay, süßen Wein. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Hm. Das ist mal hier. Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich komme wegen des lieblichen Weins. Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus. Ich habe viel zu tun, ja? Lieben will, okay. Ein neues Gesicht in Perikles Gefolge. Ha, das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Cleon gesehen haben. Ich nenne sie Orange Affe. Sag an, was hält es davon? Nenn mich nicht S. Hast du mich gerade S genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Kassandra. Hm. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Kassandra. Wie dem auch sei. Ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh, bitte. Stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Ja, ja. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell. Bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophocles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Hilf sie mir nicht zuerst. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Ich bin hier, um dich zu bedienen. Ich bin Perikles neue Dienerin. Ich bringe gern noch etwas Wein. Eine Athener Dienerin? Du? Dann kommen die Muskeln wohl vom Einschenken. Ich habe auf Perikles Schiff gerudert. Er hatte Mitleid mit mir. Nun bediene ich Männer, die an meinem Wort zweifeln. Und seinem. Ich, ich habe nicht gezweifelt. Ich nehme noch einen. Warum ist nicht mit Sophocles? Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophocles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophocles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Warum hat Perikles sich eingeladen? Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Entweder speisen wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Cleon. Doch Cleon hat den Charme eines typischen Politikers. Grässliche Stimme, kein Anstand und vulgäre Manieren. Trink aus. Bezirzen wir Dionysus. Na komm. Das, das schmeckt nach Jauche. Anfänger. Zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Trink doch ein Wein. Bereit für mehr? Der Blick von Kassandra. Trink doch einen. Kann ich nachschenken? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Oh, dann gingen sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Und Euripides, ist der schon betrunken? Euripides kann nicht mehr geradeaus gucken. Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Wenn du Pericles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Okay. Weiß es nicht, wie ich Kassandras Mimik deuten soll. Wie sind die Regeln? Wie stellst du dir das vor? Einer von uns singt, dann der Nächste und dann wieder von vorn. Wir reimen abwechselnd Verse und wer die Besten reimt, hat gewonnen. Es geht doch nicht um ein gutes Trinkspiel. Fangen wir an. Ich will auch mitsingen. Aber wer fängt an? Äh, Aristophanes. Fangen du doch an, Aristophanes. Na schön, aber es muss etwas Gutes sein. Ein Schlachtlied? Gibt es denn noch andere? Aspasias Launen sind, flink wie ein Fähnchen im Wind. Und Pericles Wald, darin sperrt nur ein uns all. Die Horde Spartans. Die Horde Spartans blutrot, fressen Frauen und Kinder wie Brot. Gar nichts hält sie auf, sie stürmen die Mauern zu Haus. Pericles ist der Tod unserer Stadt. Und so bringt eure Händler und bringt eure Diener. Und sind es Söhne, so bringt ihre Väter. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Bringt die Mörder an den Fluss den Blutroten. Und wenn sie trinken, dann bringt die Heloten. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Samme, die Schwachen. Wir rudern für so Mütter. Allein ohne Väter und Mütter rudern wir direkt in den Hades. Oder in den Bauch von Milos. Wir sind allein. Und so rudern wir. Für ein kurzes Leben rudern wir, wir, wir. Die nutzlosen Kehrer, die klugen Lehrer. Alles nur Fleisch und Saft und Leber. Greift zu den Speeren. Also greift eure Dolche und eure Speere. Denn sie bringen euch die Heldenehre. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Genug, genug. Du singst ausgezeichnet. Wirklich? Du solltest in meinen Stücken auftreten. Hier, nimm dies zur Erinnerung an diesen Abend. Diese Feier verlief wesentlich besser, als ich es je erwartet hätte. Yay! Schuldenaufstieg! Du, 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 du! Du solltest Hippokrates in Argus finden. Er hilft dir bestimmt. Ja. Ja, komm und rede du mit diesem lästigen Luftabsonderer. Ich habe genug. Vielleicht später. Erkläre mir erst noch einmal deinen Standpunkt. Hm. Oh, so, die haben wir hier noch. Wo komme ich denn jetzt dorthin? Ah, anklopfen. Was geht da vor sich? Die Tür auf, sonst dreht ich sie ein! Oh, 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 beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh, wen haben wir denn da? Welch autorität? Und diese Entschlossenheit? Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Ja, bitte. Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Suche nach jemanden. Und klingt gerade gelungenen Feier. Die Feier kam mir ziemlich zahm vor, selbst für Athena-Verhältnisse. Bis jetzt. Sollen sich ihre großen Geister treffen. Ich treffe doch lieber andere Dinge. Ali, wir haben kein Öl mehr. Ali? Du weißt, dass sie dich lieben, wenn sie dir Spitznamen geben. In der Küche ist noch Olivenöl. Aber Aspasia hat etwas dagegen, wenn ich so völlig unbelastet durch ihr Symposium streife. Du meinst nackt? Mmh, es klingt so gut, wenn du das sagst. Hier ist ein Öl. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter. Sie haben ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns. Was sagst du? Feierst du mit? Ziehen wir die Kleider aus? Zeit für etwas Spaß. Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athena-Gewändern helfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? Es gibt noch eine Ziege? Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Also die Heteren? Die Heteren? Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth. Doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Oh, jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Anthusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Anthusa im Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Ah, da ist ja die, der Drachmen mehr wert sind, als der noble Weg, der zur Erkenntnis führt. Nun, wie gesagt, Erkenntnis macht nicht satt. Doch der Geist muss auch gefüllt werden. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Das kann nicht so wichtig sein. Ich bin fasziniert. Ja, wir gehen mal auf, ich bin fasziniert. Uns. Herrsch ist ungerecht, das ist Zeitverschwendung. Wenn wir uns wirklich auf diese Diskussion einlassen, das ist Zeitverschwendung. Diese Diskussion ist vollkommen sinnlos. Vielleicht. Wie definierst du Kunst? Ich lass mich da nicht reinziehen. Also gut, sag mir eins. Verleiht ein Künstler seinem Stoff nicht Form und Symmetrie? Nun, ja. Recht und Gesetz tun dasselbe mit dem Volk, oder nicht? Und gibt es eine bessere Art, die Geschichte eines Volkes zu erzählen, als seine Bräuche und Gesetze zu nennen? Falls ja, muss Herrschen und Rechtsprechung eine Kunstform sein, wie Trasimachos sagt. Wenn du es sagst. Was passiert? Ich habe die ganz anders in Erinnerung. Irgendwie in blonden Haaren. Urteile nicht zu hart über Sokrates. Er ist ein brillanter Kopf, selbst wenn er ein wenig anstrengend ist. Er ist doch nicht immer so, oder? Ah, Phöbe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe sich unbemerkt wegzuschleichen ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Kassandra kann helfen. Jeder gehorcht, wenn sie etwas sagt. Das wäre gut. Lauf schon vor. Kassandra wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Das war ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Oh, bitte. Um hier jemanden zu überzeugen, müssen selbst deine Augen lügen. Ich habe mich gerade angezwinkert. Doch es war etwas Persönliches, keine Politik. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Es führte dich hierher. Genau wie mich. Die Kleidung. Sie passt dir gut, hoffe ich. Ja, danke. Es sind vermutlich die schönsten Kleider, die ich je hatte. Aber mir ist etwas unbehaglich, um ehrlich zu sein. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rüber sieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Ich suche nach meiner Mutter. Oder ich suche nach einer Frau. Ich suche nach einer Frau, die vor Jahren mit ihrem Kind aus Sparta floh. Kannst du mir weiterhelfen? Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib? Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alkibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Anthusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte, einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Haupt Dank, Aspasia. Komm danach zurück zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst. Nun tut er mir einen Gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Ich werde dir aufwählen. Oh. Oh, ich noch. Die Frage. Ah, okay. Weil ich hier überhaupt gut drauf schlafen kann auf dem Bett. Aspasia hat mich geschickt. Gefühlt mich, die Schule versteckt dich nicht vor deinen Gästen. Du hast dich lange genug vor deinen Gästen versteckt. Aspasia scheint das auch so zu sehen. Das sieht ja ähnlich. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotus und mir gesellst, sollte sie das besänftigen. Meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Warum wolltest du, dass Phideas flieht? Phideas erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phideas ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Warum liest du deinen eigenen Freund verbannen? Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Warum hattest du Mediachos an einem so gefährlichen Ort geschickt? Warum schicktest du Mediachos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Ich muss dir etwas sagen. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotus sagte das auch. Ist halt so. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen. Der Zukunft der Stadt. Sollst du diese Drohung ernst nehmen? Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe dein Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange auffällt. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl? Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Tja, verlasse das Symposium. Okay. Haben die eigentlich die Farbe bewusst gewählt, weil wir Spazialerin sind? Ich werde dir auf deinen Reisen helfen, wo ich nur kann. Das hoffe ich für dich. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du, du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ja. Ich bin bereit zu gehen. Ich hatte genug Athena-Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich reise nach Kios, ich reise nach Agulis, ich reise nach Korinth. Ich würde gern mit einer Frau in Korinth sprechen. Alkibiades hat mir von diesem Ort erzählt. Offenbar wird dort nicht lange gefackelt. Er sagt viel, wenn der Tag lang ist. Das stimmt wohl. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kephalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kephalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Mhm. Kriegen wir da jetzt eine neue Aufgabe? Hä? Nein. Mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kephalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir sehen so cool aus mit unserer Bemalung. Brief an den Meister. Kultistenhinweis. Pericles Symposium. Oh Gott, der Arme. Ich hätte aber auch keinen Bock, irgendwelche Feierne immer abhalten zu müssen. Dann würde ich mich auch am liebsten verkriechen wollen. Da haben wir die Aufgabe noch. Aber ich würde sagen, wenn wir uns schon mal hier am Rand befinden, dass wir uns in der nächsten Folge um die Sandbucht von Valeron kümmern und dann die Silberberge bereisen und dann Kapsunion uns anschauen und dort einen weiteren Kultisten niederstrecken. Und dann würde ich sagen, werden wir hier uns noch um die Aufgaben hier kümmern. und dann haben wir hier oben, wie gesagt, ein Freund in Not. Heitor als Aufgabe werden wir auch natürlich machen. Und dann werden wir uns hier ganz langsam, ganz entspannt hier vorarbeiten. Wir halten hier. Rückkehr des verlorenen Sohns, die Verführung ins Bruders, Prüfung der untergöttlichen Eingriff. Um Gottes Willen. War das vorher schon da? Was sagt denn Kephelenia? Kephelenia? Wir wissen ja, dass es eine solche gab, aber nun gut. Dann gibt es doch hier keine neue Aufgabe. Ansonsten, ich google einfach mal, ob wir da jetzt doch irgendwas machen können. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas übersehe. Und ja, das ist so der Plan für die nächste Folge. Oder für die nächsten Folgen. Dass wir uns erst mal um den Süden der Attika kümmern. Und dann werden wir uns in Athen die zwei Aufgaben noch zu Gemüte führen. Und dann natürlich hier, nein, Freund in Not helfen. Und dann werden wir uns um den nordwestlichen Teil kümmern. Und ja, genau. Biojotien können wir nämlich jetzt auch machen, weil wir sind Stufe 38. Da haben wir zumindest den großen Teil schon mal aufgedeckt. Und sind, denke ich mal, dann so Level 40. Ein Unrecht wieder gut machen. Ein Sturm brot sich sich um die Töchter von dir. Hä? Was sind denn das für Aufgaben hier? Stress mich schon wieder. Ist ja mitten hier. Sind sie des Unglücks? Ja. Sonst haben wir hier keine weiteren Aufgabe. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh Gott. Burnout. Ja. Burnout, wenn wir diese ganzen Aufgaben hier sehen. Und dann, ja, ne, bin ich mal gespannt. Wie das hier weiter voranschreitet. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und das müssen wir in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.